herzlichen dank für die einladung ich freue mich sehr hier sein zu dürfen wir haben heute das thema künstliche intelligenz auch noch mit dabei und sie werden gleich sehen woran das liegt genau digitale lernmittel chancen und hürden und worum geht es eigentlich ich habe gesagt ich möchte ganz gerne erstmal so ein überbau heute auch schaffen und habe ihnen dafür ein paar säulen mitgebracht ohne dies nämlich nicht geht wenn wir über das thema digitale bildung sprechen dann geht es eigentlich um nichts geringeres als genau um das was hier unten nämlich steht es geht darum menschen zu befähigen einer digitalen welt zu leben zu arbeiten und sich darin auch zu bewegen das führt aber auch dazu dass wir das thema gleiche teilhabe für alle zum beispiel mit drin haben und ich denke es wird auch im nachgang noch mal etwas sein worüber wir im podium auch gut sprechen können ich habe immer ein beispiel mitgebracht eine idee stellen sich vor sie sind in einer schule und alle schülerinnen und schüler lernen in ihrem eigenen tempo in gruppen lehren und lehrer werden vielleicht zu sogenannten moderatoren wobei der begriff da können wir auch gerne darüber streiten ob der so triftig an der stelle ist auf jeden fall wird zusammen gelernt mit technologie und wie diese technologie eingesetzt wird da gibt es auch einige schulen die das schon ganz fantastisch in deutschland umsetzen und das sind wenn ich das so sagen darf keine reform pädagogen sondern das sind wirklich ja schulen die ganz beherzig an das thema gemacht haben und eben immer die pädagogik ins zentrum gestellt haben und die technologie drum herum gestellt haben und auch gerade bei der auswahl der technologie ja beherzt dran gegangen sind und sich auch klug überlegt haben wie methodisch didaktisch ein werkzeug ein technologisches werkzeug auch eingesetzt werden kann ja die pädagogik und didaktik das ist einer der sollen um dies immer zentral geht und die wird so ich wie ich das auch immer in der öffentlichen darstellung mitbekomme viel zu oft vernachlässigt ich freue mich sehr dass zum beispiel im digitalpakt die pädagogik und didaktik wieder mehr in den vordergrund gerückt ist und das ist auch genau der richtige kern an der stelle also rein eine technologische implementierung reicht eben nicht sondern man muss immer von der pädagogik aus her denken und das ist einer der zentralen sollen die wir haben eine weitere zentrale säule ist die aus und weiterbildung von lehren und lehrern lehren und lehrer in der ausbildung an den universitäten werden noch viel zu wenig mit digitalen werkzeugen oder kommen damit noch viel zu wenig in berührung zweite ausbildungsphase ebenso ja und in der dritten da haben wir ein ganz großes problem in deutschland also ein ganz ganz großer nachholbedarf der in den ländern stattfinden muss ich glaube auch manchmal das ist jetzt gerade auch so angekommen bei den ländern vielleicht auch noch ein grund weshalb ein veto eingelegt wurde um erstmal bei sich auch im eigenen gebiet zu schauen wie kann man es eben noch mal auf auf die beine aufstellen es passiert was in den ländern da bin ich ganz froh darum und hoffe sehr dass jetzt wirklich da auch dieses thema beherzt angegangen wird weil ohne geschulte lehrer und lehrer wird das ganze thema nicht klappen ein weiteres thema nur ganz kurz angerissen ist das thema medientwicklungsplan wir haben immer wieder anrufe und mails von lehrern und lehrern von schulleitern die sagen naja wir müssen uns jetzt auf den weg machen wir wollen das auch gerne jetzt brauchen wir medientwicklungsplan aber wie fassen wir das thema an wir haben dazu im netzwerk digitale bildung mit unserem netzwerkpartner smart technologies ein leitfaden zur erstellung von medientwicklungsplänen auch erstellt um lehrerinnen und lehrer die in solchen teams auch arbeiten sehr gezielte ideen auch zu geben best practices check fragen mit zu geben um das thema auf die beine zu stellen also ist auch eine weitere zentrale säule und ich sehe auch immer so nicken hier vorne also es wirklich schulen die das thema angehen das ist eine zentrale säule bei denen ganz klar es gibt natürlich noch viel viel weitere aber um noch mal einen zu nennen das ist die ausstattung und die technologie an den schulen immer am rand jetzt schon von mir benannt worden aber wie setze ich wirklich werkzeug es ist ein werkzeug das mich zum lernziel führt methodisch didaktischem unterricht ein und da sind auch die hersteller sehr unterschiedlich sind systeme offen kann ich mit unterschiedlichen betriebssystemen daran arbeiten oder eben auch nicht sind elemente auch online zu finden oder eben auch nicht wo liegen die server auch eine ganz wichtige frage es gibt hersteller da stehen die server in deutschland ja muss man aber die augen aufmachen und auch kritisch fragen aber das ist auch ein ganz wichtiger punkt der in einer solchen debatte mitgeführt werden muss und ja das sind hier diese drei jahres und man könnte sogar noch mehr hinzufügen aber ich denke das sind so die zentralsten also ja die investition lohnt sich und ja es nimmt auch zeit in anspruch das muss ein klar sein aber am ende steht immer und da kriege ich wieder nicken hier vorne ist es wirklich schön danke also das wirklich lehren und lehrer und auch schülerinnen und schüler davon profitieren und eben diese gut eingesetzte zeit dafür dazu auch genutzt werden kann dass sich unterricht verändert teilweise sogar noten auch besser werden das ist auch rückmeldung von den schülerinnen und schülern aber auch von lehrern und dazu gibt es auch studien die das eben belegen wenn sie eben richtig eingesetzt wurde das muss man eben ganz zentral dabei beachten mein appell an sie wer mich kennt weiß dass ich gehe mit dem mutthema voran seien sie mutig gehen sie mutig voran denn es lohnt sich also das muss man ganz klar sagen wenn man schulen im nachgang auch immer wieder besucht dann weiß man eben sehr deutlich wenn sie sich gut aufgestellt haben mit diesen zentralen säulen dass sie die chancen für sich genutzt haben und die hürden auch gut umschifft haben aber es muss halt benannt werden es muss kostet zeit und dann ist es auch ein gutes fahrwasser in dem sich schulen dann auch bewegen können und auch ganze schulträger es gibt ja auch schulträger die sich auf den weg machen wir haben dazu vom netzwerk digitale bildung ein buch aufgelegt ist mittlerweile schon in der zweiten erscheinung schauen sie es kurz an wenn sie interesse daran haben wir haben auch dort das thema als ganz zentrales thema auch noch mal abgebildet digitale lernmittel im koalitionsvertrag ist ja das thema der digitalen lernmittel eher unter oer abgearbeitet worden darüber kann man denken und halten was man will die kritischen stimmen sagen an der stelle was ist eigentlich mit dem urheberrecht an der stelle wenn lehren und lehrer materialien erstellen aber ich wünsche mir da tatsächlich doch mehr die schulbuch verlage auch in deutschland an vorderster front weil eben wie sie es auch gerade richtig gesagt haben gerade im europäischen kontext oder auch weltweit die schulbuch verlage sind anders aufgestellt diese haben sich dem digitalen zeitalter vor vielen jahren schon gestellt wir haben es leider noch nicht und da wünsche ich mir auch wirklich mut von den schulbuch verlagen das thema jetzt auch anzugehen es ist an der zeit und ja es ist wichtig für unsere schülerinnen und schüler sich auch diesen feld jetzt aufzumachen ja und dann sage ich dankeschön und sie sehen auch schon was unser thema mit der intelligenz war genau dankeschön danke